Superlänge. Superlänge. Und dann setzt er mit der Rückhand nach. Und wir haben schon wieder Breakball. Gibt es das vierte Break in Folge? Schade um den. Wäre unangenehm geworden für Macchenko. Der wäre genau auf die Patschen gegangen. Jetzt kommt ein Sergej Stachowski. Der eben das fünfte 1-Richt geplantermaßen spielen soll. Ja, und da kommt sowas. Wir haben beim Ukrainer wirklich vom Aufschlag her auch schon alles erlebt. Zwei Doppelfehler im vorigen Game. Einen Doppelfehler hier. Jetzt wieder das Aas. Schwierig. Schwierig, auch als Retoanspieler den Rhythmus zu bekommen. Kommandantin. Sms. Kratten. Bist. 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 Das Resümee ist gar nicht so leicht, finde ich, von dem ersten Satz, weil Jürgen bekommt seine Chancen, beide Spieler noch.